oh gott schwarzschleimportal kategorie transdimensioner klasse 1 leiterschacht typ körperlich angreifbar angriff erzeugen schwäche schleim habe ich auch noch nicht diese leiterschächte oder die musik dimensionsrisse sind temporäre und äußerst instabile portale zwischen unserer welt und der geisterwelt es ist nicht bekannt ob diese portale in besonders dichten tasten aus schwarzschleim gebildet werden oder ob sie sich erst die portale bilden und dann der schwarzschleim das ist eine gute frage was kommt zuerst das tun oder das ei hatte dass das ei kam zuerst das ei kam zuerst um die tierwelt also weiter zu entwickeln bis immer das huel entstanden ist also das ei kam zuerst es ist nicht bekannt ob diese portale sich erst die portale bilden und dann der schwarzschleim aufgrund der resultierten geschwächten dimensionsüberschneidung folgt auf jeden fall sind diese leiterschächte untrennbar mit schwarzschleim verbunden und ist und es ist bekannt dass durch die neutralisierung des umgebenden schwarzschleims auch das portal geschlossen wird operngeist auch an diese szene habe ich so schlechte erinnerungen von früher ich habe das spiel nämlich damals direkt auf den höchsten schwierigkeitsgrad gespielt und ich bin so oft damals hier kaputt gegangen das singen hab ihn da ich lese es gleich vor Ich bin ein Chubby Chaser, und ich nehme eine Plump-Girl auf einem blinde Ate, wie ihr Persönlichkeit, und ihr, ihr könnt es nicht lassen. Hab ich das schon... Hopang Geister, ich werd's gleich vorlesen. Wenn wir das hier vorbei sind... Nein, oh Gott! Das stimmt, warum schieß ich eigentlich nicht auf den? Wofür hab ich das Upgrade gekauft? Was, Gargoyle? Wo? Okay, hab ihn. Option! Okay. Hör, was ist das? Oh nein, Landstreicher! Die nix aushalten! Komm schon! Oh Gott! Belieblich wieder! Boah! Scheiße, der Geist! Was ist das? Was ist das? Was ist da? Was ist da? Oh Gott! Oh Gott, ich werde jetzt mal kurz durch. Kategorie wohlbeweglicher Klasse 5, Phantom, Geist, muss gefangen werden, das ist natürlich klar, Angriff, Distanz, Ansturm, Schwäche, Protonenstrahl, Betäubungsdauer moderat, Angriffshiderstand mittel. In der beliebten und vieler Spielzeit lang laufenden Broadway-Adaption von Wagners epische Operacyklus Der Ring wurde die Brunhilde von der weltbekannten Sopranistin Carlotte Krapazzi gezungen, die mit Brunhilde auch ihre berühmteste Rolle hatte. Die Gesamtstruppe verlor eines Tages ihr Leben, als die alte und baufällige Bühne einstürzte, nachher am Ende von Charlottos Ari ein noch tosender Applaus als sonst aufbrannte. Okay, sind im Turbulen Applaus gestorben. Diese Ari will doch immer zum Ende gesungen werden. Oh, vorbei. Times Square. Times Square, da wo immer die größte Silvesterfeier des Jahres ist. Times Square, da wo immer die Brunhilde sind, sind in absoluten Chaos. Die Autorität machen alles, was sie können, um die Panik zu halten und zu halten. Es ist verrückte hier. Der Marschmallow-Man, star von der popularen Telefonklinie, ist auf einem Rampage. Das ist nicht der Stay-Pup, die wir lieben. Der Marschmallow, die Ghostbusters haben gewonnen, um alles zurück zu halten. Es ist verletzt. Ich muss es fixieren, oder wir werden keine Chance haben. Wir müssen von hier bis zu da. Wir müssen sicher, dass der große Bühne nicht finden, was er ist. Eine gute Strategie. Es ist gefährlich, aber es ist ein vieles Open-Groundes zu lösen. Alles klar, Sport. Es sieht aus, dass es mir und dich sind. Wir gehen über die Times Square, und gehen in die Stadt, und bleiben uns so interessiert. Oh Gott! Hab ihn. Ich hab neue Aufwertung. Marshmallow-Man. Was ist das? Klasse 7 oder 6? Ich glaub, das ist Klasse 6, glaub ich. Außenseiter, Außenseitler Avatar. Gottheid, übergeordnetes Wesen. Behalten. Angriff. Nachkampf. Werfen. Erzeugen. Schwäche. Boss im Pfeil. Hab ich. Speziell erzeugte Mini-Marshmallows. Einst nur das Zeichentrick für Maskotchen einer Marshmallow-Firma, wurde der allseits beliebte Marshmallow-Mann zu einer riesigen Bedrohung als der mächtige sumerische Gott Gosar die Geistesjäger zwang, die Form seiner physikalischen Manifestation zu wählen. Obwohl alle verzweifelt versuchten, ihre Gedanken auf absolut nichts zu konzentrieren, musste Ravi unter Zwang an das liebste Symbol seiner Kindheit denken. Es war schlubs einfach da, sagte er. Der Marshmallow-Man wurde damals besiegt, als die Geistesjäger von Gosars Portal ihre Strübe kreuzten, was zu einer vollständigen Protonenumkehr führte. Es ist nicht sicher wie oder warum der Marshmallow-Mann zurückgekehrt ist. Aber da jetzt kein Portal zur Hand ist, das Kreuzen der Strüme vermute ich keine Option, um ihn zu versiegen. Na hallo! Oh nein! Nein! Oh Gott, war aber sehr nah dran. Ja, schnell weg hier. Ich muss noch nicht zermatscht werden. Meckmann, hast du koffe? Meckmann ist koffe? Meckmann ist koffe! Boazahn wird ihn auslösen. Er ist koffe! Oh Scheiße! Ah, da sind Menschen Oh, wieder 30.000, was das stört Schnell rein da Oh, ich seh nichts Ist so neblig hier alles Oh Gott Ich hab lange kein Artefakt mehr gehabt Oh, da ist es wieder eins Osmadeus Hotline Osmadeus, 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 Osmadeus Ja, aber Osmadeus 1965 von Telocor's rotem Telefon wurden lediglich 5 Produktionsmodelle hergestellt Die größten Folge konnten mit diesem Telefon nur Personen erreicht werden, die in Kürze sterben würden Sehr schön, davon will man auch angerufen werden Da kann ich schnell drauf verzichten All full, going up Er, 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 hat nur gebeten Catch the next one Relax, Sir We handle foul vapors all the time Let's stay in for lunch, you said Why leave the building, you said It'll be quiet, you said You know, you're fired You're right I secretly knew our lives would be in danger And thought Hey, I'll make sure I trap Mark with me inside an elevator Excuse us Stay with me, Haas I'm sure there's more fun up ahead Gut, gucken wir mal, ob wir noch etwas finden Ihr könnt das Gebäude und finden heraus, wo der Marsch überhaupt machen will Zerstörung Na, ich soll erst mal machen, wenn wir hier einen Wasserspender Hm Irgendwas nützliches finde Ja Gucken, kaufen wir mal irgendwas Patronenstrahl Immunität Immunität gegen das Ding Ich kann auch keinen Charme mehr davon Wetter versenken, Falle Kann ich Sachen Blitzfalle Ich habe das nochmal verschleunigt Der Geisterfalle Die Phase Warum nicht, komm Unfangreiche Experimente haben ergeben, dass die Ladungssammlung durch Entfernung der magnetischen Pufferplatte unter deren angebrachten Schildplatte der Geisterfalle maximiert werden kann Was zu einer maximalen Geistereinsauggeschwindigkeit führt Wir können versichern, dass die Entfernung dieser Pufferplatte sowie der Schildeinheit Vermutlich zu keiner Beeinträchtigung der Benutzersicherheit führt Na gut Es ist ein bisschen platter Lass mich doch durch Oh Gott Da sind sie immer drin Oh nein Hinter mir Hinter mir Und da bin ich wieder zurück nach kurzen Klo und Essenspause Und weiter geht's Oh nein Oh nein Ray 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 Oh Gott Das erschreckt uns nur Oh nein Oh nein Das sind zu viele Das sind zu viele Das sind zu viele Ich bin tot Ich bin tot Das schafft der nicht, oder? Ne Oh nein Was für ein Start, ey Mist Da war ja klar, dass das passiert Und mein sind da viele rausgekommen Ach Mist Na gut, warte eben Dann kaufe ich mal eben was ein Hier in Modität Hier wurde nicht nur ein zweiter Fermionabsorptionsregel Es wurden auch umfangreiche Modifikationen Am Tiergerfeld des Bosensermitters vorgenommen Dies führt zu einer Absorption der Nachbereichs Bosen Bossenpartikel Mein Gott, was für Wörter, ne? Dadurch wird der Schaden Durch Einschläge von Bossenfallen in der nächsten Nähe Dramatisch reduziert Dabei ist zu beachten, dass diese C-basierten Modifikationen Die Bosse einsteigen Statistik der Pfeile In keiner Weise komprimieren Mit Tieren Okay Ghostbusters to the rescue Oh Mist, huh? We stirred a hornets nest, kid Gluck, 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 gluck Gluck, gluck, gluck Kiel benutzen Kiel benutzen Bis zum nächsten Mal.